Also, ich komme jetzt in der Josa an, aber es ist schlecht gestanden. Jetzt ist die Warte. Es darfst du nicht schon mal ab. Oh, jetzt ist das für Warte gestanden. Es darfst du nicht schon zum dritten Mal ab. Es wird schon zum Schluss. Der ist schon fast dritten. Es darfst du nicht mehr probieren, ohne die Warte. Blieb, ich spüre, dass es nicht gut geht. Entwunsch würde es echt nicht aufkommen. Und jetzt noch einmal. Den Arme anscheinend ist es lustig. Ui, der ist schon flott. Schnell, schnell, springe den ins Bad durch. Das ist der Laufhaus. Und, sagst du mir eine Möglichkeit? Hey, Mama, das ist schön. Ich glaube, ich wusste... Sind wir uns gerassiert, aber du bist froh. Ja, will ich bei? Ich bin kalt. Unglaublich. Ich kann verüben, dass ich mich. Ich wusste es. Ich weiß nicht.